Ob zum Desinfizieren des Abwassertanks, zur jährlichen Pflege des Trinkwassersystems oder gegen Bioschlamm im Treibstofftank. Yachtikon hat die besten Problemlöser für jeden Bereich. Bewährte Spezialmittel wie die beliebten Seewasserseifen oder das Kontaktspray. Kurz einsprühen und die Elektrik ist wieder ein Jahr vor Korrosion geschützt. Für die mühelose Pflege der Innenräume bietet Yachtikon eine Reihe selbstwirkender Mittel wie den Waschbeckenreiniger oder Puritech. Der Behälter wird einfach in den Schlauch des Spülwassers gesteckt. Danach verhindert das Mittel für lange Zeit unangenehmen Geruch. Zwei oder drei Spritzer WC-Öl genügen, um das Verhärten der Ventile zu verhindern. Schnell sich auflösendes Toilettenpapier und Frostschutzmittel sind weitere beliebte Produkte aus dem Hause Yachtikon. Keine nassen Ärmel, keine tropfenden Flächen. Reinigen ohne Wasser, aufsprühen, mit einem Lappen oder Schwamm verteilen und einfach abwischen. Danach bildet sich eine schmutzabweisende Glanzschicht. Interiotiköl bringt die Schönheit der Hölzer besonders wirkungsvoll zur Geltung und schützt vor dem Ausbleichen. Die regelmäßige Pflege des Edelstahls hält die Flächen mühelos auf Hochglanz und wirkt schmutzabweisend. Yachtikon – einfach gute Pflege Untertitelung des ZDF für funk, 2017